Durch die Kraft F wird die Masse M von 50 Kilogramm um 2 Meter angehoben. Klein a berechnet die Stärke dieser Kraft. Klein b, welche Arbeit wurde verrichtet. Die Angaben sind Masse gleich 50 Kilogramm und Höhe gleich 2 Meter. Gefragt werden die Stärke der Kraft F in Newton ausgedrückt und die verrichtete Arbeit W in Null ausgedrückt. Wir wissen, dass bei einer losen Rolle die anzuwendende Kraft F halb so groß ist wie diese Gewichtskraft. Und eine Gewichtskraft berechnet man durch Masse mal klein g, wo klein g den Wert 9,81 Newton pro Kilogramm hat. Rechnen wir zuerst F, indem wir diese beiden Formeln kombinieren. Jetzt brauchen wir nur noch M zu ersetzen durch 50 und klein g zu ersetzen durch 9,81. Und somit finden wir als Kraftwerke 245,25 Newton. Das ist die Endantwort auf klein a, die wir hier festhalten. Jetzt berechnen wir die verrichtete Arbeit. Das macht man durch diese Formel Arbeit gleich Kraft mal W. Wir haben hier zwei Mittel. Entweder wir arbeiten mit dieser Gewichtskraft oder wir arbeiten mit dieser Kraft. Für Gewichtskraft gilt die verrichtete Arbeit gleich Kraft mal W. Und diese Kraft G wird berechnet als Produkt von M und klein g. Hier drin brauchen wir jetzt nur noch M zu ersetzen durch 50, klein g durch 9,81 und H durch 2. Und somit finden wir als verrichtete Arbeit 981 Joule. Wenn man hingegen mit dieser Kraft F diese Arbeit sucht, dann muss man berücksichtigen, dass dieser Angriffspunkt der Kraft F den doppelten Weg zurücklegt von dem, den dieser Angriffspunkt zurücklegt. Also dieser Angriffspunkt der Kraft F legt als W zweimal diese Höhe zurück. Die so verrichtete Arbeit wird also berechnet durch Kraft mal diesen W. Als Kraft F setzen wir diesen gefundenen Wert ein und für H setzen wir diese 2 Meter ein und somit finden wir ebenfalls als verrichtete Arbeit 981 Joule. Das ist also die Endantwort auf klein b. Das ist auch die Endantwort auf klein b. Das ist auch die Endantwort auf klein b. Die j